Das bisschen Haushalt macht dich ganz allein, sagt der Heinz, ein wenig Putzen kann so schlimm nicht sein, sagt der Heinz. Wie so viel Conny überhaupt entklagen kann, sagt der Mann ist unbegreiflich für mich als Mann. Er nimmt mein Müge nicht so ganz genau, sagt sein Frau, und auch beim Putzen der Boden graut, sagt sein Frau, ich hab dann doppelt so viel Arbeit tagelang, wenn er im Haus sitzt, mein Hegemann. Er ist der beste Babysitter in der Stadt, man kehrt so gerne alle Babys um sich bald, und keinemal wir dann die ganze Straße um sich bald. Zu Indra kommen gerne alle Kinder her, am liebsten sind ihm aber die Askanatär, verstrengt er sich beim Plödsinn machen immer noch mehr an. Wie so viel Conny und sein Vater, du-du-du-du-du-du und seiner kleinen Enkel in der Zeit der Vier, der wirft in deinem Empkel immer auf ein Ziel. Sie gehen zu Hause an der Steine sammeln an und sind dann du-du-du-du-du-du. Der Alex sagt, das kannst du mit, mein Kind, nicht wahr. Mein Tochter wird nach Ort, jawohl, dein Kind, nicht wahr. Der Prenz aber, der denkt sich, was gibt, wie kann der Kappen zum Dank. Der Prenz aber, der denkt sich, was gibt, wie kann der Kappen zum Dank. Männer gehen aufs Dach, Männer lehnen weiter an, Männer fahren herunter, Männer brechen Rücken dran und Männer sind so verletzlich. Aber Heiz ist immer für mich einfach unersetzlich, Männer sind halt schwer und nicht leicht und umfallen's dann auch nicht wahr. Das sind beim Heim, die sind dann auch gleich. Das Mann ist ein Mann, ein Mann. 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 Wenn er nur mit mir, wenn er sinnt, den Volk setzt mir an, wenn er geht spät rein, wenn der Volk ins Weißfeld rein, und wenn er es dann so verletzt nicht. Und es ist noch nicht einfach unersetzlich, wenn wir sinnt, am schwer und nicht bleibt. Und um Fall ist dann auch nicht weit, sind beim Eingipsen dann auch gleich. Bis dann ist der Mann ein Mann. 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 Und auch der Schlüssel steckt von innen, das kann ja die Nächste sein. Allora, da such ich mir auch fürs Fenster und schreit die Leiter hoch. Mein Gattin, ich schlafe am Sofa und schenke fast nie noch für ein Gaudemort. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.